So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist passiert, der Rams ist zurück und ich habe so vieles verpasst, wir müssen so vieles nachholen, ich möchte deshalb kurz euch begrüßen, alle die gefragt haben, hä, warum kommen keine neuen Videos, was ist da los, ich habe etliche Kommentare gesehen unter dem letzten Video, dem Community Raid mit Pam Pam, ich habe dann öfters mal drunter geschrieben, bin gerade gesperrt, Freitag geht es weiter, dann sind die sieben Tage um und nach den sieben Tagen, zack, wird wieder alles rausgeballert. Ich möchte mit euch heute mir kurz angucken, was ich in letzter Zeit so getan habe, was es Neues gibt, worüber ich noch nichts sagen konnte und gleichzeitig möchte ich euch auch sagen, wie die Woche ungefähr verläuft, heute ist also Freitag, das Infovideo hier ist jetzt zusätzlich, ich bin gerade am Warblue, steht hier, am Community Raid von Mega Altaria hochladen. Ich habe nämlich am Sonntag, es ist, also wie gesagt, viel ist weggefallen, Donnerstag sollte eigentlich Pam Pam, Ponita und, ähm, Dings kommen, Toggetik, Raids für Zuschauer, ging nicht, Samstag Z-Day, ging nicht, Sonntag Xerneas Abschied, ging nicht, da bin ich aber raus und habe einen Community Raid mit Mega Altaria gemacht, das Video dazu werdet ihr heute noch sehen. Abends gibt es dann ein Ramses Kitchen Video, deswegen sind hier zwei Sachen und ab 18 Uhr habt ihr auch noch Raids für Zuschauer mit Despotar, denn Despotar ist sicherlich ein cooles Pokémon, was viele wieder raiden wollen und so habt ihr die Möglichkeit, ab 18 Uhr live mit uns zu chillen, Fragen zu stellen, zu quatschen, äh, die Rückkehr zu feiern, wie auch immer. Samstag würde ich gerne frühs Eviltal Raids für Zuschauer machen, denn das ist ja neu drin und wir haben noch gar nichts zu Eviltal gemacht, am Dienstag habe ich auch den Eviltal, äh, Community Raid sozusagen verpasst. Ich konnte ihn nicht machen mit euch, ich habe ihn aber trotzdem gemacht, deswegen würde es am Samstag Nachmittag dann auch den Eviltal Community Raid geben und abends noch ein, äh, Unboxing Video plus eben Eviltal Raids für Zuschauer ab Samstag früh um 8. Selbst Mittwoch, Raid Mania, habe ich aufgenommen, Raid am Mittwoch habe ich aufgenommen, das wird es für euch dann am Sonntag geben, am Sonntag seht ihr dann die Raid am Mittwoch Folge und die Raid Mania, am Mittwoch die Raid Stunde, wer hat alles eingeladen, wer hat alles einen Punkt bekommen, was habe ich bekommen bei Eviltal, ist ein Hunderter dabei, ist ein Shiny dabei, gibt es nicht als Shiny gut, das werdet ihr dann noch alles sehen und vielleicht auch noch ein Bonus Video dann da dazu, Montag habe ich hier dann noch zwei andere Sachen, auch das, äh, das aktuelle Sub getestet, jetzt liege ich immer eine Woche im Vollzug, Verzug, Ich bin im Prinzip am Montag trotzdem hin, habe das gegessen, das Veggie war ja dran, das Veggie seht ihr dann jetzt am Montag, während ich am Montag aber schon Truthahn teste, seht ihr erstmal das Veggie, so kann ich aber in Ruhe testen und habe immer ein Video dann für die Woche darauf. Das ist also ungefähr so der Ablauf, wie es jetzt weitergeht, jetzt das, heute Abend, Despo, da Raids für Zuschauer, ab 18 Uhr der Community Raid noch, dann morgen Community Raid und Raids für Zuschauer, dann Raid am Mittwoch, Raid Mania und dann sind wir irgendwie fast schon auf dem aktuellen Stand, ich muss nur alle anderen Sachen noch unterkriegen und dieses Zelten, das Zelt-Übernachtungs-unter-der-Brücke-Schlaf-Spezial, was etliche mitbekommen haben, werde ich jetzt Abo-Spezial hochladen bei den 8.000 Abonnenten. Natururin kommt Anfang Januar, äh, Anfang Juni und ich hoffe bis dahin sind die 8 voll, damit, wenn wir gerade am Wandern sind, ich euch das zeige, wie ich geschlafen habe. Das würde irgendwie voll Bock machen, vor allem bei den 2.000 Abo-Spezials habe ich gemacht, Wandern wie Natururin und deswegen bei 8.000 übernachten wie Natururin. Warum nicht? Passt auf jeden Fall dazu und Ferdifuchs-Mini-Würstchen. So, was wir als richtig großes Thema haben, was natürlich jetzt schon jeder weiß und jeder kennt, ist der Community Raid im Juni mit Kaumala. Das ist auch in der Woche, wo Natururin kommen will. Natururin wollte am Dienstag kommen, das ist am Sonntag. Ich weiß nicht, wie lange er bleibt, ich weiß nicht, wie lange sie bleiben. Flatti ist ja nun wohl doch auch dabei oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also Natururin denke ich 100% bei Flatti ist für mich ein bisschen noch in der Luft. Weil Natururin hat Kontakt da mit ihm und schreibt da und alles. Ich jetzt nicht so großartig. Ich habe ihn zwar in WhatsApp angeschrieben, noch keine Nachricht. Und Kaumalaat, C-Day, ihr wisst, Kaumalaat, C-Day ist ein fettes Teil. Weil natürlich heulen die Leute die ganze Zeit rum, C-Day, boah, einer nach dem anderen, immerzu nur irgendwelcher Mist. Wann kommen denn mal gute Sachen? Aber jetzt, es kommt Kaumalaat als C-Day und die Leute heulen wieder rum. Toll, warum denn Kaumalaat? Jetzt ist mein 100er gar nichts mehr wert. Jetzt ist mein Shiny gar nichts mehr wert. Hä, ich habe die Familie schon voll. Hä, ich habe schon eins. Hä, ich habe auch, ich habe einen 100er, ich habe 300er, ich habe die Familie als 100er, ich habe die Shinies als 100er. Nein, glaube ich nicht, was? Ich habe die Familie als 100er und ich habe die Shiny-Familie voll, so wollte ich das sagen, genau. Und ich freue mich trotzdem, weil es einfach ein cooles Pokémon ist. Weil ihr einfach Bonbons sammeln könnt, weil ihr jetzt auch XL-Bonbons sammeln könnt. Beziehungsweise jemand, der vielleicht jetzt Level 20 ist, glaube ich nicht, dass der schon drei Shiny Kaumalaat hat. Und für den würde sich das auch lohnen. Und einer, der Level 60 schon ist, gefühlt, der kann doch XL-Bonbons sammeln. Ich sehe da jetzt nichts dran, dass vielleicht es nicht für 100% der Leute cool ist, sondern 5% der Leute vielleicht. Aber trotzdem, die beschweren sich halt am lautesten und am meisten. Und dann denkt man, der Großteil, der Kaumalaat sieht er, ist Mist. Ist er aber nicht, es ist auf jeden Fall ein heftiges Pokémon. Sonntag, 6. Juni, 11 bis 17 Uhr. Kaumalaat in hohen Zahlen als Shiny. Ist schon erhältlich gewesen. Wismar, bis 19 Uhr, also zwei Stunden nach dem Event-Ende, erlernt Knackrack die Event-Lad-Attacke Erdkräfte. Und das war ja auch eine Sache, man wusste bis jetzt die Attacke noch nicht. Jetzt wisst ihr, die Attacke Erdkräfte. Viele haben ja drauf spekuliert. Hoffentlich kriegt er Erdkräfte. Er kriegt Erdkräfte. Und das ist auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was das für ein Move ist. Typ Boden. Knackrack, natürlich auch. Typ Boden und Typ Drache. Also, ich denke mal, das ist ein guter Move. Wenn das ein schlechter Move ist, dann sagt mir Bescheid, dass der schlecht ist. Ich denke aber bis jetzt, dass der gut ist. Schnappschüsse könnt ihr wieder machen, bekommt kaum Alad. Dann wird es eine Box geben für 1280 Münzen. So eine habe ich mir noch nie geholt. Da ist aber auch wieder eine Top-Lade-TM drin. Ich kriege ja keine mehr aus der GBL, weil ich GBL so wenig zocke. Würde es sich vielleicht irgendwann mal lohnen. Aber auf der anderen Seite habe ich ja noch zwei Top-Lade-TMs oder drei. Und solange ich die nicht verbraucht habe, brauche ich mir auch keine Box kaufen, oder? Gönnt ihr euch öfter so eine Box? Weil da ist ja auch Rauch drin und Glücks-Eier. Ich glaube, die Hyperbälle braucht man nicht. Glücks-Eier. Ich glaube, für 500 kriegst du 8 Glücks-Eier. Jetzt kriegst du hier für 1280 5 Glücks-Eier. Und Rauch wird dir eigentlich auch immer überall hinterher geworfen. Theoretisch könnte man sagen, ihr bezahlt 1000 Münzen für eine Top-Lade-TM. Ist es euch das wert? Ist es euch das nicht wert? Müsst ihr entscheiden. Es gibt für 99 Cent wieder eine Spezialforschung. Wissen wir Bescheid. Gönne ich mir wieder. Gönne ich mir immer 1 Euro im Monat, sollte man schon übrig haben. Rauch hält 3 Stunden. Und es gibt die dreifache Menge an Fang-Erfahrungspunkten. Wir haben jetzt ja schon dreifache Erfahrungspunkte gehabt. Beim zweiten Teil vom X-Event. Wir haben dreifache Erfahrungspunkte beim zweiten Teil vom Y-Event jetzt. Was dann ab nächster Woche Dienstag, 10 Uhr startet. Da auch wieder dreifache Erfahrungspunkte. Vielleicht ist das nämlich noch im selben Zeitraum. Ne, ist es nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ihr seht, ihr werdet zugemüllt mit Erfahrungspunkten. Aber das findet ihr ja geil. Wie ich das gehört habe. Findet ihr das ja richtig geil. Was ist eure Meinung zum Kaumalad-Siede? Wir hatten noch keine Möglichkeit, uns darüber großartig zu unterhalten. Oder ihr euch, äh, ihr eure Hasskommentare zu verfassen. Jetzt könnt ihr das unter dieses Video schreiben. Schreibt es mal rein. Kaumalad-Siede, top oder flop? Habt ihr Bock? Habt ihr keinen Bock? Schreibt es rein. Und habt ihr schon die Shinies voll? Habt ihr drei Shinies? Oder braucht ihr noch Shiny? Oder was ist euer Ziel am Kaumalad-Siede? Dann haben wir was gesehen. Es kamen wieder hier so ein paar Datamines von GoGames. Hinweise, neue Attacken. Es wurden im Text, in der Datamine. Ja, das muss alles nichts heißen. Wisst ihr Bescheid? Gleich muss ich niesen. Zwei neue Attacken entdeckt. Zum Beispiel Feuerreigen. Und Feuerreigen ist eine Ladeattacke vom Typ Feuer. Wer hätt's gedacht? Zugleich die Spezialattacke von Ramon. Ne? Äh, Ramoth. Ramoth? Ramoth. Einem Pseudo-Legendären Pokémon der fünften Generation. Das Teil, hab ich gesehen, sieht aus wie aus einem schlechten Godzilla-Film. Oder aus einem guten. Das Teil, hab ich gesehen, wird mega stark und heftig. Ja? Da freu ich mich schon besonders drauf. Ich hoffe, das wird ein wildes Pokémon. Wo man sich Bonbons erfarmen kann. Und Hunde das snacken. Und dann auf Level 50 ziehen. Damit das eine richtige Bestie wird. Jetzt hab ich mir auf die Zunge gebissen. Äh, Feuerreigen. Unfehen. Feenbrise. Feenbrise hat aber nichts mit Xerneas zu tun. Auf jeden Fall zwei neue Attacken gefunden. Sie gehen also davon aus, dass Ramoth, Ramoth, äh, vielleicht in nächster Zeit ins Spiel kommt. Und gerade daran gearbeitet wird, den irgendwie einzubringen. Wie findet ihr das Pokémon? Ramoth. Ne? Ist das cool? Ist das super? Ist das stark? Wird das bald das neue Bild? Was unser Mega-Sumpex hier ersetzt? Das Mega-Sumpex ist immer noch da. Weil, letzten Monat in der Raidmania, der Benjamin, sozusagen, gewonnen hat und ein Mega-Sumpex wollte. Und deswegen begleitet uns das in den Infofolgen und in den Raidmania-Folgen. Der Gewinner vom Mai jetzt bestimmt das Pokémon im Juni, was uns begleitet. Vielleicht wird's ja ein Ramoth. Oder irgendjemand wünscht sich mal ein Raupi. Dann will ich auch was davon haben. Dann verzweigte Quests, Team-Updates, Pokémon-Inventar, Rocket-Radar, Adressbuch, globale Herausforderungen, Pokémon-Asset-Update. Das will ich eigentlich gar nicht alles behandeln. Ramoth ist auf jeden Fall... Ich freu mich so, wenn Ramoth ins Spiel kommt. Ich freu mich auf Ramoth, ich freu mich auf Kaumalat-Siede, ich freu mich auf alles. Dann gab es... Schilling hat, glaube ich, ein Video gemacht über diesen Shiny-Ditto-Trick, dass ihr alle Pokémon, die noch nicht als Shiny im Spiel sind, euch jetzt auch als Shinies im Spiel anzeigen lassen könnt. Wenn ihr mit einem Shiny-Ditto in einen Kampf geht, wohl aber das Ditto vorne drin haben müsst, und bevor sich das verwandelt, auf was anderes wechseln, und dann zurück zum Ditto. Und dann verwandelt sich erst das Ditto in das Pokémon, was da steht, aber als Shiny. Wenn das normal drin wäre, würde es sich wahrscheinlich einfach verwandeln und nicht Shiny sein, aber durch das Wechseln und wieder rein und dann als Zweites aufs Ditto und sich dann erst verwandeln, konnte es sich wohl in das Pokémon, was da stand, verwandeln als Shiny. Viele haben sich da die Legendären mal angeguckt, die noch nicht als Shiny drin sind, wie die aussehen. Und bei Raider Mittwoch werdet ihr, glaube ich, da noch ein paar Einsendungen sehen. Jonas. Und wurde aber, glaube ich, so behoben, dass ab dem nächsten Update das auch nicht mehr funktioniert. Also, habt ihr eigentlich nichts verpasst. Ihr werdet ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Shinies aussehen, geht einfach auf Google, guckt da einfach nach, dann habt ihr das auch alles. Also, Ramoff, heftige Motte. Kaumalad, keine Motte. Dann, Pokémon Go Dada Mai, Textupdate, 20. Mai. Auch ganz kurz nur angerissen. Hier steht nämlich einiges zu irgendwelchen neuen GBL Cups und sonst was. Aber, der Go-Fest-Zeitraum, hier steht nämlich einfach vier Stunden weniger Go-Fest. Der Teufel steckt wie so häufig im Detail. Wer diesen Zeitraum vergleicht mit dem Zeitraum des Go-Fests, wird feststellen, dass das Go-Fest im letzten Jahr von 10 bis 20 Uhr Ortszeit stattfand. Ja, denn es ist, ach so, von 10 bis 18 Uhr. Hm, vier Stunden weniger. Also, es ging von 10 bis 20 Uhr. Und dieses Jahr würde es von 10 bis 18 Uhr gehen. Es sind zwei Tage. Euch fehlen also zweimal zwei Stunden. Also vier Stunden. Vier Stunden weniger Go-Fest. Meint ihr, dadurch ist das Ticket dieses Jahr günstiger? Weil ihr weniger Zeit habt? Oder es ist der gleiche Preis oder sogar noch mehr Preis? Aber halt weniger Zeit und euch wird weniger geboten, sozusagen. Im ersten Moment denke ich so, naja, vier Stunden, scheiß drauf. Aber sie bringen sie auf den Punkt, ne? Verteilt über die zwei Tage sind das also in Summe vier Stunden weniger Event. Bei einem Event, welches für viele Spieler primär zum Jagen von Shinies genutzt wird, sind vier Stunden eine Menge Holz. Denn vier Stunden sind so gesehen zwei Drittel eines Community Days. Das ist ein Achttausendstel meines Lebens. Also, wie findet ihr das? Vier Stunden weniger Go-Fest? Also beim Go-Fest, die Shiny-Rate ist ja meistens sowieso erhöht. Wenn man rumrennt und sucht und sucht, kriegt man viel hinterhergeworfen. Bei mir ist das, ich habe alles. Es ging nur um neue Sachen. Die neuen Sachen, die reinkommen, die sind theoretisch ja eh erhöht. Was ich aber problematisch ansehe, beim letzten Mal war es ja wirklich so, dass du die neuen Shinies und Sachen nur aus dem Rauch bekommen hast. Egal, was da wild rumsaß, war altes Holz. Das neue Holz gab es nur aus dem Rauch. Du hast also den Rauch angemacht. Und dann musstest du warten, hmm, kommt da jetzt eben das oder kommt was anderes? Kommt da was anderes oder kommt das? Du konntest nicht einfach auf einer Map gucken, wo sitzt was. Du konntest nicht einfach in die Nearby-Liste gucken. Ah, wir laufen dahinter zu dem Stopp. Da sitzt das nächste Furnifras. Und dann seid ihr gezielt auf Furnifras-Jagd gegangen. Nein, sie haben es mit Rauch gemacht. Verschiedene Habitale. Ihr hattet eine Stunde lang Zeit, zu hoffen, dass Furnifras aus dem Rauch kommt, um das zu fangen. Und dann hattet ihr vielleicht Glück oder die Stunde ist um, es wechselt das Habitale, es kommt was anderes aus dem Rauch und ihr sagt, nein. Dann ist natürlich vier Stunden mehr oder weniger, ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Auch ikognito. Ikognito kam permanent aus dem Rauch, aber halt nicht gezielt. Und ihr wusstet einfach, hoffen, dass ein Shiny dabei ist. Hat im Endeffekt dann geklappt, dass ich alle Buchstaben bekommen habe. Auch die von der Ultra-Woche, das G und das O. Das C gab es auch später irgendwann mal. Mal gucken, wie sie das dieses Mal machen. Wir wissen ja noch nicht, welche neuen Shinies es dann gibt. Oder was überhaupt beim Go-Face großartig da ist. Aber vier Stunden, eure Meinung, ist okay. Kann man darauf verzichten? Hauptsache die restlichen Stunden. Oder sagt ihr, Sauerei. Jetzt kaufe ich mir kein Ticket mehr. Bis 18 Uhr nur. Was mache ich denn dann bis 20 Uhr noch, wenn ich nicht Pokémon zocken kann? Und dann habe ich noch eine kleine Übersicht. Die werde ich euch, glaube ich, unten mal verlinken. Da seht ihr nämlich die ganzen neuen Pokémon, die die Rocket-Bosse jetzt haben. Und auch die Rocket-Rübel. Cliff zum Beispiel hier mit seinem Samutzler an erster Stelle. Ja, Sierra mit Sneeble. Sneeble trotzdem eigentlich ein recht gutes Pokémon. Egal, ob als Eisangreifer oder als Unlichtangreifer. Sneebunna hat schon einiges drauf. Finde ich also, glaube ich, am stärksten. Denn auch hier Blutzuck. O-Mot. Damit machst du eigentlich nichts. Also ich finde, es lohnt sich bei den Bossen auf Sierra zu gehen mit Sneeble. So ein gutes... Gut, ihr geht ja wahrscheinlich nach den Shinies. Aber auf jeden Fall... Ja gut, bei den Shinies ist auch Sneeble am auffälligsten. Finde ich aber hier auch am stärksten. Ihr habt hier alle Sachen aufgelistet. Nochmal. Die jetzt neu sind. Die da drin enthalten sein können. Hier bereite dich schon mal auf eine Niederlage vor. Ihr seht, das ist nicht neu. Das ist relaxed so. Meistens ist es ja das erste Pokémon, was man kriegt. Hier, wir bringen den Stein ins Rollen. Stolunio oder Nasknet. Hier haben wir bei Buhuhuhu Geist-Pokemon. Zwirrlicht schubbelt, Traunfugil. Dann haben wir muskulöser Körper. Macholo, Makuhita. Makuhita müsste jetzt neu drin sein. Sonst war es Makuholo. Es gab aber auch mal Nocchan und Kikli. Makuhita. Ja, hat Schlitzaugen. Aber wenn die so rot leuchten, sieht das auf jeden Fall auch cool aus. Ist aber trotzdem ein cooler Rüpel. Denn so ein heftiges Krypto-Machomai mit richtig guten IVs sollte sich jeder gönnen. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Schneebedeck. Seemobs. Du wirst schockiert sein. Woldilam. Fritzlblitz. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Fiffien. Gut gebrüllt, ist halb gewonnen. Dratini. Angst vor unsichtbaren Kräften. Fleckborn. Wohin genau? Owei. Diese Gewässer sind trügerisch. Carbador. Männlich. Und beim weiblichen Seemobs. Squapsel. Sepa. Ja, der männliche, der steht halt auf Fisch. Und deswegen hat er sich in Carbador eingepackt. Das ist aber cool. Denn so ein fettes Garados, so ein Böses, sieht gut aus. Und Carbador zu farmen, um es zu erlösen, für tausend und die Medaille zu pushen, ist auch auf jeden Fall eine feine Sache. Ähm, Kämpfe gegen mein Flug-Pokémon. Staralili ist ja auch neu drin. Und Zubat auch, ein tausender zu mal lösen. Los, mein super Käfer-Pokémon. Pionscora, Potrod, Anorith. Mit uns ist nicht gut Bären essen. Tangela, Hopspros, Mirapla. Tangela finde ich da auch sehr cool. Normal heißt noch lange nicht schwach. Hab da Teddy Ursa drin. Siegen ist für Sieger. Nochmal Relaxo. Seh, wie niedlich mein Pokémon ist. Ein Feensatz mit Snubbull. Versuch's gar nicht erst. Der Sieg gehört mir. Wieder Relaxo. Feuer. Wulpix, Magma und Hundusta. Gift. Nidoran, Pionscora, Nidoran. Wir werden nicht in den Boden stampfen. Diktak, Quiekel. Meine zwei Favoriten sind immer noch der Kampf-Satz mit Macholo und der Boden-Satz jetzt gerade mit Quiekel. Denn ein Shiny, nee nicht Shiny, ein Krypto-Mammute mit richtig heftigen EV ist auf jeden Fall auch ein krasses, heftiges, Pokémon. Was ich jetzt hier nicht mehr sehe, ist Lavita, oder? Lavita ist nicht mehr drin. Gibt's gerade nicht mehr. Aber ihr könnt, was sind eure Lieblinge? Auf was habt ihr's abgesehen? Ich würde immer noch auf Macholo und auf Quiekeljagd gehen. Da vielleicht noch ein gutes bekommen und das als Krypto hochziehen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was eure Lieblinge sind und welches Shiny ihr bei den Bossen am besten findet. Oder welchen Boss ihr bevorzugt von den dreien. Meiner Meinung nach Sierra hat das Nützlichste. Ihr könnt nach was anderem gehen. Das war's. Von meiner Seite aus jetzt erstmal ganz kurz diese komische Infofolge zur Begrüßung, zur Einführung. Ihr habt so viel Zeugs, was ihr jetzt drunter schreiben könnt. Ich hab viel gefragt. Könnt ihr euch ja die Zeit mal nehmen und mal antworten. Ansonsten sehen wir uns heute Abend, 18 Uhr. Und dazwischen kommt noch der Mega Altaria Community Raid vom Sonntag. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses.